So Freunde, was geht? Sonntagmorgen. Heute kommt der erste Vlog von uns selbst, von den Sportfreunden Seelbach. Wir haben die Jungs gefragt, ob die Bock drauf haben. Die Jungs haben auch Bock drauf. Heute spielen wir auswärts, Saisonauftakt gegen den SSV Hatter 2. Wird bestimmt cool. Wir haben noch nie gegen die gespielt. Wir haben vier Vorbereitungsspiele gehabt, drei gewonnen. Bei dem einen waren wir nicht dabei. Ja Freunde, wir sind eine typische Kreisliga-C-Klasse. Aber die Jungs sind ganz cool. Wie gesagt, wir gucken mal, wie das läuft heute. Die Jungs haben sich was gewünscht. Also machen wir das jetzt. Lass da das Abo da schon. Let's go. Freunde, Tankstelle des Vertrauens. Die Tankstelle hat 24-7 geöffnet. Kuss an die Belloy. Ich hab's mal noch die Zigaretten einfach. Guckt euch bitte diesen Wahn an. Was er genau da machen soll. Das ist der Todes-Tropfe heute. Hade, Juppi, lass reingehen jetzt. Lass uns umziehen. Ey, wirklich Kreis. Mach's ja la, diese Kabine. Juppi, bist du heiß? Kann heute der... Ich bin am Brennen. Ob du heiß bist. Ich bin am Brennen. Working ist auch nicht weit von dir. Wir hatten auch Käpte für sich. Ich bin am Brennen. Ich bin am Brennen. Warte, Burger King? Ich bin am Brennen. Ich bin am Brennen. Zello. Tobi. Und Flo. Ich bin am Brennen. Was, Lisa? Trotzdem, für dich heute, Flo, offiziell eigentlich so angedacht gewesen, das letzte Spiel. Wahrscheinlich wirst du den Pokal noch mal aushalten müssen oder so. Trotz all dem, für dich heute der Nahrungsstief. Hau also alles raus, was du hast. Gib nochmal dein Bestes. Hab nochmal richtig Bock einfach drauf. Auch wenn du mir immer schreibst, dass du keine Lust darauf hast. Ja, dann macht er schon mal kein Tor. Hat sich nichts geändert. Eho, die letzten Spiele wirklich gut gewesen. Da weiter anfangen oder weiter anknüpfen. Das kappt ich so raus. Das schneiden wir nachher nach. Kevin, von dir, ganz selbe Arbeit wie die letzten Wochen, wie die letzten, ja, Spiele einfach auch. Da wirklich weitermachen, wie du aufgehört hast. Nett nachlassen. Auf der 6, auf der Doppel 6 quasi, mit Momo. Und Max hat sich bewährt, den Max auf die 8 zu ziehen, statt auf der 10 zu lassen. Und einfach, weil es Dichter ist und ihr trotzdem genug Freiheiten habt. Davor ist Jan am Start. Kommt frisch aus dem Urlaub, schifft er also voll getankt sein mit Energie. Alkohol. Alkohol. Ja, Alkohol. Das ist der Rest. Soll dann tatsächlich dann erst ergeben, dass die gute Frau Lindner Dichter und Offizie sind. Dann starten wir mit Alex und mit Rafa. Aus dem einfachen Grund, Amst hat drei Wochen nicht da. Dementsprechend du wirst nachgeführt. Heute werfe ich nicht ins kalte Wasser, weißt du selbst. Und der Rest ist halt, er gibt sich von alleine. Alex, du guckst gleich mal, ob es überhaupt funktioniert. Du hast heute Morgen angerufen, du wirst irgendwie erkältet. Du musst da einmal Nassen putzen, heute. Jungs, bitte verschleifen, ich hab die Nase zu. Ich hab mal kurz genießen. Nein, also wie gesagt, trotzdem vorne hier zwei auch wieder, was ich euch schon mal gesagt habe. Es ist unfassbar wichtig, dass die eine Seite besetzt ist. Das haben wir am Donnerstag auch versucht, so ein bisschen umzusetzen. Da auch ein bisschen reinzukommen. Ihr wisst selbst, wenn die Außen besser besetzt sind und wir da eine Anspielstation mehr haben, fällt es uns leichter, vorne reinzukommen. Und wir werden uns jetzt in Ruhe draußen warm machen. Packt euch die Bälle ab, so zehn Minuten noch. Dann haben wir noch eine Halbzeitung, um es intensiv anzumachen. Aber genießt euch, der Mann hier zu sehen. Ah, jetzt kommt. Das war jetzt nicht gut. Den hab ich drauf. Genau den hab ich drauf. Oh! Oh, den hab ich auch truff, Yuppie. Und wenn wir die 2 Kämpfe gewinnen und nur einen Ball besitzen, dann können wir die 2 Kämpfe gewinnen und nur einen Ball besitzen. Ja, ich rede das noch mal runter. Eine Geheimwaffe. Wir sind ein Team! Das ist Petty, Alter. Ich spiel eigentlich Stehklasse, oder? Keine Ahnung. Nein, die waren D-Klasse. Die waren D-Klasse. Die waren D-Klasse. Nee, nee, nee. Das ist die 2 für das. Die waren wirklich Stehklasse. Keine Ahnung. Stelnu schiebt raus. Juppie weiter raus. E-Jupp da! Außen! Stelnu, Stelnu, Stelnu. Pass auf! Du kannst auf der Seite ruhig reinrücken. Der gibt einem Juppie mit. Dann muss der Juppie vorhen, da hast du viel Platz vor dir. Und da kannst du mal quer ein Biago spielen, ja? Hast du sehr schön erklärt. Genau. Und jetzt zieht durch. Der Momo ist da. Tem, komm wieder. Komm, den Link noch überdrehen. Komm, den Link noch überdrehen. Direkt, der Rektor. Jetzt seid ihr in Überzahl. Ihr seid jetzt in Überzahl auf der Bar. Tempo, nehmen auf, nehmen auf, nehmen auf, nehmen auf. Der Jan. Und kommt, hier, wer ist hier in der Lücke? Der Alex. Der Alex. Mach sicher. Ja. Okay, Juppie. Komm. Andere Seite, Max. Warte, bietet mal was an da vorne. Komm, 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 weiter. Hey, Fahum, warte, Fahum. Fahum, gerade durch. Juppie. Zwei, zwei, drei. Hört euch wieder. Go, Alex, zurück. Komm, Rafa, bye. Wow, let's do the Juppie. Ach du? Echt? Komm, 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 komm. Und jetzt da mal. Komm. Bleib auf außen. Ja, bleib, komm, komm. Hin, in den Rang. Ja, sag mal, Juppie, der hättet ihr schön einfach in die Lücke spielen können. Oh, Zeno, Schlag, Junge. Oh, Zeno, Schlag, Junge. Oh, Zeno, Schlag, Junge. Oh, Zeno, Schlag, Junge. Guter, und bitte besetzen, alle. Komm, vor allem, wir haben Nummer 1. Ja, wir sind jetzt noch weiter, mit der Gefühle. Wieder Druck. Wieder mal, wieder. Hey, Obo. Hey, Rafa, abgehiel. Jawohl. Ja, schade, da nimmt er vor den Längen gehen. Ja, die Jungs, weiter. Aus. Gut, gut, außen. Hintermann. Gut, so. Souverän, Jungs, souverän. Tobi. Komm, Hintermann. Gut. Schlag mal. Die rausgekriegen. Gut, so. Komm, Tobi, ins Beteiliger. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Der Beste. Mach mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, stark, Momo. Wichtig. Der Tobi außen oder Jan mitte. Und Rafa auch kommt. Wenn du draufkönst, kannst du mit beiden Fingern die Rasse. Kenn ich. Wie war das? Mit beiden oder reicht einer? Ich bin besser, wenn der so. Ich bin besser, wenn der so ist. Oh! 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 Geil! Mach's, mach's! Ja! Geil! Danke, Juppie! Danke! Du brauchst dann die Nummer richtig, wenn die eh Platz sind. Da kannst du überhaupt noch weiter Dinger anziehen. Mach's da Dinger, dann ist gut. Kevin schiebt vor! Ja! Professioneller Fettung! Kampfer! 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 Hebel! Ach, du machst ihn! Hebel! Das ist richtig! Hebel! Rausen. Okay! Noch Security! Hühner! Ne, 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 ne! Huyner! 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 Paulin! Huyner! erstes tag erstmal direkt zeigen was man kann Aktuell 2-0. Wir wissen nicht, wie viel aufgenommen wurde, sehen wir uns das selber gleich nochmal an. Ich habe es jetzt zu verreden, Deckel drauf. Sieht echt gut aus. Schön in Ruhe im Spiel. Klasse. Der Blick kommt jetzt auch gleich. Mit kaputten Fuß. Du kannst ihn mit kaputten Fuß. Es geht weiter, zweite Halbzeit, let's go. Ja, Rafa und Amsat. Und der Juppi. Und Außen. Und Außen. Ah, schade. Gut nicht gemisst. 2, genau so. Ja, Klo. Ordnung behalten. Abseit, abseit. Abseit, abseit. Ja, der Ball. Ja, der Ball. Der Ball. Die Ball. Die Ball. Die Ball. Und die Ball. Oh! Und. Und. Jawoll! Ah! 2,5. Ja! 2,5. Die Ball. 2,5. 1,5. 2,5. 2,5! 2,5. 2,5. 2,5. Außen! Ich weiß nicht, ob ich das mache. Komm, schieben! Leg die Beine drauf! Flomus, fluss, fluss! Ich bin da! Weg, weg zur Seite! Wiedermann! Mach nicht die Linie! Lauf dran, Lauf dran, Lauf dran! Und selber drückt rein, kommt! Weiß, weiß, weiß! Wieder, 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 wieder! Schönen Jan! Womu, du kannst wieder! Sehr geil! Womu! Leg die Seite, komm mal! Komm mal! Mach den Klo! Warte mal! Elf holen! Mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig! Ist mir egal! Komm mal! Herr Bischof, versuch! Schnell doch! Schnell doch! Wohin? Wohin, wohin! Komm, komm! Das ist doch nicht so! Gut, wapper! Stark, Junge! Doch, Lovato, froh! Tun Sie halt nur hin! Jubiert raus! Kaffee, Schall! Kaffee! Kaffee! 14 raus! Neun, kommt rein! Freunde, Philipp Pöttke für mich. Direkt das Tor. Stark, Jungs! Männer Nummer 9. Hat sich bei uns Mittelfuß gebrochen. Einer der besten Spieler. Wie gesagt, hat heute wieder Bock. Erste Minute drin, direkt mal eine Vorlage. Super. Jetzt der Tobi. Rücken! Jetzt noch eins. Der mags! Oder, Trainer? Ja, reicht. Passt. Ein Tor geschossen. Jetzt kann man mal hinter die Kamera gehen. Nein! Nein! Nix! Quatsch! Quatschig! Jetzt kommt er, Jungs! Tempo hoch! Komm! 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 Oh je! Also Freunde, Statement. Rasen ist tief. Echt anstrengend hier zu laufen. Ich bin fertig. Flanke. Raffa. Setz mal ein, Junge! Jetzt ist noch heiß. Und jetzt? Jan jetzt! Ja, ich gönne dem eh nicht. Jan raus. Rutschi raus. Ilias rein. Ilias geht auf außen. 70. Minute. 75. 19. Das geht! Dreck, mein gelber Karton hier. Ja, der hat ihn ja hier schon fast gelegt. Guck mal, der Mann kommt nach einer ganzen Saison wieder und schießt hier einfach die Freischlüsse. Was jetzt? Mal gucken. Ne. Falscher Ehrgeiz, Junge. Falscher Ehrgeiz. Nicht? Ruhig. Gold richtig. Oh, Flo. Ja, alles geplant. Ja, ja. Jetzt. Pötti, machen frisch. Ja, Pötti, machen frisch. Jetzt mach. Jetzt Momo. Ja, sauber. Ganz stark. Von der gegangen. Komm, Hamjad. Hamjad. Schade, Jungs. Gut. Gut so, Jungs. Schneller, Pötti. Bis schneller. Schade. Oh, hey. Gefährlich. Der Mann darf noch auf dem Platz stehen. Jetzt Momo setzt nochmal. Guck mal. Aha, was das, Mann. Hey, Digga, das... Hier. Nur für die Fans. Wolle erstmal Luft, Junge. Weiß ich nicht. Kaum die Aktion nach vorne gerissen. Meins war Grotte? Gar kein Tor beteilig gewesen. Warst du überhaupt mal am Ball heute? Nee, ne? Also, ich hab getroffen. Gott sei Dank. Ist doch so, ne? Juppi, Hauptsache wir haben beide Tor. Ja. Oh! Oh! Jungs, kein Gegentor jetzt. Zu Null. Jawohl. Gut Philipp. Jetzt Michel, dreh auf! Ja, komm, sie. Für die im Training. Ja, komm, Pötti. Äh, Tobi, komm. Tobi, du machst jetzt auch ein. Komm, Junge, komm! Ja, super, Jungs. Super, Jungs. Super, Jungs. Klasse. Seja, wenn du das siehst. Ja, komm schon. Komm nicht. Freund, das spielt besser. Wir haben von dir geübt. Also, Trainerwechsel heute. Michael. Der hat doch alles gebraucht. Aber Michel vorlag Seelen nicht, ne? Ja, ja, safe. Das war schon big. Gut Elias. Super Elias. Stark, Junge. Minuten. Jawohl, Philipp. Sauber. Jawohl. Heute auf dem Platz habe ich mich auch wohl gefühlt, Rafa. Aber so hinter der Kamera. Tobi, mach was cooles. Kein Abseits. Kein Abseits, aber... Jawohl. Nee. Kein. Komm, Kevin, geh mal. Du kannst das auch. Schade. Vielleicht kommt noch ein Ball. Jetzt musst du wieder aufstehen, Kevin. Ja, da steht er wieder. Ja, ja, Kevin. Ja, ist klar. Ja, ja, Kevin. Ja, ist klar. Ist klar. Ist klar. Schuss. Setz mal ein, Kevin. Setzen. Außen, außen, außen. Ja, falscher Ehrgeiz. So, Männer. Spiel ist rum. Kurzen Thumbnail rein gehauen. Ja. 5-0-1 Stand. 6-0. Ich glaube, wir haben 6-0 rum. Ich meine 5. Also gucken wir uns gleich nochmal an. Wir wissen es nicht genau. Souveräner Sieg. Kann man sich sehen lassen. Jetzt erst mal der... Ja, war okay. Oder was sagst du? Sei an. Weil vor allem... Akku ist leer gegangen. Erstes Video von unserem eigenen Verein. Wenn euch das Video gefallen hat an der Stelle. Checkt noch gerne die anderen Videos aus. Checkt gerne Tobias Reis ab. Checkt gerne Tobias Reis ab. Checkt gerne Tobias Reis ab. Was ist das? Lasst gerne einen Sub da. Ja, instant. Und über jeden Kommentar. Ich mach Follower. Über jeden Daumen hoch. Wir freuen uns. Dann würde ich sagen. Freunde sehen wir uns im nächsten Video.